Also du hast das Casting jetzt schon hinter dir. Wie ist es denn gelaufen? Ja, eigentlich ganz gut. War ein bisschen aufgeregt. Bin zwar leider nicht weitergekommen, weil ich mehr Mut zeigen soll und die würden sich freuen, wenn ich nächstes Jahr wiederkomme. Also mein Ziel ist es, Superstar zu werden, sonst wäre ich nicht hier. Ich habe mal Gesangsunterricht genommen und im Prinzip mein ganzes Leben gesungen. Klavierunterricht genommen, zehn Jahre Klavier gespielt. Heute habe ich eine Ballade, einen Rocksong und ein deutsches Lied vorbereitet. Was für Lieder genau? My Immortal von Evanescence, When You Were Young von The Killers und Irgendwas, das Bleib von Silbermond. Is it there in your heart, eh? Waiting on some beautiful boy to save you from your own ways? You play forgiveness, watch it now, here he comes. Well, please don't ask me, what's on my mind? I'm a little big star, but I'm feeling fucking. I'm a little girl, it's I love best, my heart beats, so it's guessing me to death. Remember, remember, even starts to play, dance with me, makes me sway. Like a lazy, oh, she likes to show, hold me close, zweit more. Zu mir kamer, ohne Cuisine, schön wie Gold, sie gewinnt, die Grine. Becke la vereute vom Ranzen. Warum denkst du denn, dass du Superstar werden solltest? Weil ich auf jeden Fall anders bin. Almira, komm! Weil ich, ich glaube, das Potenzial dazu habe. Ich musste eigentlich in der Uni sein, aber ich hab das... Extra viel SDS, hast du geschwänzt. Was gefällt dir an der Musik? Einfach, dass man da seine Gefühle reinbringen kann, aus seinem Herzen heraussehen kann, egal wie man gerade drauf ist. Hättest du keine Angst, nachher vor Dieter Bohlen auf der Bühne zu stehen und seine Sprüche zu ertragen? Nö, dann drück ich ihn Spruch zurück. Er ist ja genau so ein Mensch wie ich, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!